Hey Littlefans, wir wollen euch einladen zu unserem Doppelheimspieltag. Wir Mädels spielen um 10 gegen den USC, also Lokalderby. Ihr müsst auf alle Fälle vorbeikommen und um 14 Uhr dann gegen Kaufbeuren. Auch ein super spannendes Spiel und wir brauchen jeden Einzelnen zur Unterstützung, weil wir unser großes Ziel, die Meisterschaft, erreichen wollen. Genau, und um 16.45 Uhr geht es dann für die erste Mannschaft, gegen die zweite Garde vom RSV Landl. Und es wird wieder ein Topspiel sein. Also, kommt vorbei. Vielen Dank.